Und da sind wir auch schon wieder, liebe Leute. Ich nehme Team Butter. Ja, wir spielen Rush. Und... Ich glaube, bei Rush ist es sinnvoller, hier einen Sniper zu nehmen. Ich glaube, ich glaube, ich habe einen Sniper zu nehmen. Oh, schade Ah, der braucht mich nicht wiederholen hier Oh, coole Sache Deploy Uh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Da hätte ich nicht im Nahkampf gehen sollen Ja, der Panzer war irgendwie hin Okay, Deploy Oh, ja Oh, ja Oh, ja Och, Mann Hab ich nicht gesehen Dammit Geht leid Oh Äh, ja Übel Äh, ja Wir starten mal normal Mal gucken, ob wir via Scout was machen können Oh, ja Äh, via Scout nicht Weil hinter uns steht er nah Ach, Leute Ich bin noch so schlecht momentan noch in dem Spiel Ja, äh Ja, guck mal an Hier Level 15 und so Nix da Drecksack Oh Äh, ja Da kam er wieder Äh, dann Pushen wir da oben mal Okay We have taken out objective apples Uh, von hier aus getroffen mit der Waffe Wait for the enemy artillery barrage to stop firing Okay Pushen wir mal vor Attack the new objective Das ist Das ist Oh, oh, oh! Oh, ganz weit hinten. Und hier sitzen alle da oben? Gut zu wissen. Den. Warum da kennst du, steht keine Ahnung. Warum treffe ich den denn nicht? Okay, der ist down. Oh, einen weggeholt, der andere hat mich dann geholt. Ach, da oben sitzt er. Hm. Nee, 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 Leute, ey. Es ist bestimmt wieder so ein Spielchen, was der Steven voll toll findet. Voll drauf abgeht und voll steigert, ey. The enemy has defused objective apples. Oh, der oben ist schon wieder, der geht mir doch auf den Piss. We have armed objective fire. Hammer ist Pferdchen. Czy Manns? Erinner Sie. Erinner Sie, 178 Menschen. denn, crire Oh, wie fährt der denn? Laufen! Oh, und da holt er uns weg von hinten. Was macht der denn da? Steigen wir mal gleich hier ein. Oh, was macht der denn? Oh, was macht der denn? Oh, was macht der denn? Oh, was ist denn... Oh, was macht der denn? Oh, was macht er! Oh, was macht er denn? zunächst. Bis ich mal pein vom, wo die schießen? Ja! Da rennt ihr weg! Hast ein Arsch? Ja, deploy! Guck mal, dem Pferd kann man sogar in den Poppe schießen. Hehe, dann steigt das von hoch. Ja, du Arschloch! Ich hab dich doch da oben gesehen! Jawoll! Weg ist er! Scout ist nicht so meine... meine Klasse. Ich glaube, ich muss eine andere Klasse nehmen. Bisschen pushen hier! Ach, der liegt da! Den hab ich ja jetzt gar nichts gesehen! Aber Leute, wenn ihr oben mal rechts in der Ecke mal guckt... Das ist schon geil mit 116 FPS und Co... ... ... ... We have taken out objective arms. We've overrun them. I'm taking the objective. Die Peach! Ja. Schade. Ja, Leute. Aber das war jetzt der Modus Rush. Also, ich muss sagen... ...Capture the Flag für die besser als der Rush. Ja. Ich hoffe, ihr habt jetzt gefallen. Ich bin mal gespannt, was der Steven dazu sagt, wenn wir in eine Runde spielen. Und... Ja. Wir sehen uns hoffentlich bei einem der anderen Spiele oder bei der Vollversion oder beim nächsten. Have a look into. Hier für die Beta. Von daher haut rein. Bis dahin, euer P-Fig. Ciao.